ich bin ein 1 gegen 1 auf die rege kann noch titan spielen aber tun wir es einfach bei der titan ist ja nichts anderes als sehr schwieriger mit bonus es ist das st Auf geht's Mmh er ist ein chinese kommt nachher mit den fetten belagerungs das pack ein man Wulome. So, perfekt. einfach weiter produzieren wir machen das schon wir machen das schon so alles runterziehen da ist auch noch ein so ein ding so alles runterziehen To-to-to-to-to-to-to-to Zuhuuu Ich bin bereit. So. Nein, weiter produzieren, hier dürfen wir nicht schlafen, einfach weitermachen. Ich bin ein Woller, ich bin ein Woller. Wir haben jetzt einen ganzen Belagerungs-Diode. Wir haben jetzt einen 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 Belagerungs-Diode. Dann haben wir eben das hier auch weggenommen. Dann schicken wir noch ein paar Leute da rein. Du gehst da noch hin. Du gehst da noch hin. Wir haben jetzt einen Belagerungs-Diode. 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 Und wo brennt was. Und wo brennt was. Da wir eine solide Expo haben, wenn wir uns jetzt von hinten nähern. Wir dürfen jetzt dran vorbeistreifen, genau. No. 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 sechs kühle diese feuerlanzen raketen da die sind seit auch diese andere version von eklig so 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 Ich bin bereit. Was ist das? jetzt aber der kopf des sichtweite aller gebäude wenn ich jetzt eigentlich sogar ziemlich cool oder kann auch die leere von holen der leute belehren kann ja ja auch 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Was sind dann diese berühmten Backdoor-Katapulte, man kennt sie. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? das war das gold den geht es soweit gut man wird ja noch schon fast ein fest und wer gedübelt schade dass sie nicht connecten wenn jetzt sie am anderen stehen das wäre auch so eine tolle sache wenn man festungen connecten könnte oder sowas oder so einen schönen festungsbilder wäre auch mal geil die sichtweite ist nicht mehr richtig ausgedienst da man sieht seine zeit weiter lassen jetzt da stehen hoffen dass die festungen das hochziehen die laufen jetzt schon mit nahrung zu uns hoch jetzt hoffen wir dass die gegner nicht ankommen bei uns hier ist noch was unentdeckt und dann machen wir da ein bisschen action bitte perfekt die sind gekommen und jetzt müssen wir ganz schnell verkaufen ok das sagt er der mich als erstes angegriffen hat wir den besiegten und so und so Ich bin bereit. reiß das da doch einfach mal ab ist das kaputt das nächste bestens so witzig will ihre form sitzt darauf den pegasi und wir sitzen ein normales begann sie gab es in so viel begann sie es ich frage für einen freund gibt es richtig viele katapulte sind recht gut für die belagerung wenn ihr nicht mehr abhacken wollt dann geht ihr einfach woanders denn danke los da ist noch alles offen wir haben das dann nicht mehr geholt ja 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 wir haben ja gar nichts aufgebaut wir haben nicht mal den Hafen gezogen also da haben wir die halt tatsächlich richtig abgezogen richtig geil bis dahin tschau tschau liken kommentieren nicht vergessen bis dahin tschau und Untertitelung des ZDF, 2020